Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Beim Kochen mit Tiefkühlprodukten erspart man sich viel Arbeitszeit und sogar Geld, weil ja alles schon fannenfertig vorbereitet ist und man so keinen Rüstabfälle mehr hat. Unter der Marke Goldstar offeriert Ihnen Coop ein ganzes Programm von tiefkühlten Produkten vom knackigen Sommergemüse, über das ausgesuchte Geflügel oder die meeresfrischen Fische bis zu den abwechslungsreichen Fertiggerichten, die auch wir Männer besonders gerne haben. Goldstar Tiefkühlprodukte haben aber noch weitere Vorteile, weil alles absolut frisch verarbeitet und sofort tiefkühlt wird, bleiben die Vitamine und Nährwerte erhalten und die Qualität ist mit den Frischprodukten vergleichbar. Damit jetzt die Qualität beim Kochen nicht verloren geht, sollte man dringend ein paar Regeln beachten. Gemüse und auch Bachware nie im Voraus auftauen, sondern direkt in Pfannen oder in kalten Ofen geben. Das gilt auch für Früchte, wenn man zum Beispiel eine Wehe machen will, sonst wird der Teig vom Saft aufgeweicht. Geflügel und Fisch immer im Kühlschrank auftauen, damit sich keine unerwünschte Bakterien bilden können. Und bei Herdöpfelspezialitäten wie der Goldstar-Kroketten darauf achten, dass Öl richtig heiss ist, damit sich eine schöne Kruste bilden kann. Zurzeit finden Sie bei GOP jetzt eine ganze Reihe von Tiefkühlprodukten besonders günstig. Jetzt möchte ich Ihnen noch eine Neuheit von GOP Bäckermeister vorstellen. Es ist das dunkle Spezialbrot aus Rauch- und Vollkornmehl. Das neue vollaromatische Spezialbrot bietet Ihnen herzhaften Brotgeschmack wie an- und anzumal. In Bulgarien werden die Leute sehr alt und man sagt, es komme vom vielen Joghurt, der dort gegessen wird. Bei GOP gibt es jetzt ein Joghurt zu kaufen mit Original-Joghurtkulturen aus Bulgarien. Lassen Sie sich das neue Joghurtvergnügen nicht entgehen. So, jetzt schalten wir um in die Studioküche zum GOP-Rezept dieser Woche. Grüezi miteinander. Aus der COOP Tiefkühlaktion haben wir zwei Päckchen Dorschfilet angetaue, in die Tranchen geschnitten, mit Salz und Pfeffer gewürzt, mit Zitronensaft beträufelt und mit Senf eingestrichen. Wir legen sie in eine Gratinform, gießen ein Glas Wein drüber und poschieren sie eine Viertelstunde im Ofen. Im Sausenpfähnli habe ich ein Bechamel vorbereitet, aus Mehl, Anken, Muskelnuss und einem Fischfond aus der Gratinform. Es kommt einen Deziliter Rahm dazu und geriebenen Käse. Diese Sausen haben wir über die Fischfilet gegossen und dann den Gratin noch einmal 10 Minuten im Ofen überbachen lassen. Die Torschfilet Morné servieren Sie am besten mit einem trockenen Reis. Das Rezept, das wissen Sie ja, steht in der GOP-Zeitung. Eine gute. Das wäre es gewesen für heute. Vielen Dank fürs Zulagen und noch weiterhin einen schönen Abend. Jetzt kommen aber noch GOP-Angebote zum Sparren. Es sind alle Sachen, die Sie gut brauchen können. Zum Anfangen der aktuelle Preisschlager. In den GOP-Do-It-Yourself-Läden kommen Sie den Sicherheitsschalen-Sitz KIDI für Kinder für nur 79 Franken rüber. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP alle Arni-Schokolade 30 Franken günstiger. Zwei Stück Kalbsbrotwürste, jetzt nur 32. Kuchenteig 250 Gramm statt 1 Franken nur 80 Franken. Und 500 Gramm statt 1,80 nur 1,40. Blätterteig 250 Gramm statt 1,10 nur 90 Rappen. Und 500 Gramm statt 2 Franken nur 1,60. Zweimal 80 Gramm Gerber Gala statt 3,20 nur 2,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Zwei Beutel Gala-Hörnli statt 2,80 nur 2,20. 500 Gramm Brüsseler Schickoré nur 2,30. Auf Wiedersehen! good morning! FE we